Ich teste heute die LED-Lenser M7. Die LED-Lenser ist in der Geschenkverpackung. Hier ist die Smartcard, wo alle wichtigen Funktionen kurz und knapp im Checkkarten-Format beschrieben sind. In dem Kasten selbst ist zum einen die Taschenlampe befestigt, zum anderen ein praktischer Gürtelclip, an dem die Taschenlampe befestigt werden kann. Darüber hinaus sind in der Anleitung die Hinweise beschrieben, welche Funktionen es bei der Taschenlampe gibt, wie die Batterien eingelegt werden und das in vielen verschiedenen Sprachen. Darüber hinaus ist in dem Karton noch eine Handschlaufe enthalten, mit der die Taschenlampe befestigt werden kann. Die Taschenlampe selbst liegt gut in der Hand. Der Griff ist geriffelt, damit die Taschenlampe gut in der Hand liegt. Mit einer Hand kann fokussiert werden. Und hier befindet sich das Herzstück, die vier AAA-Batterien mit den vergoldeten Kontakten. Und hier die Taschenlampe mit den Reflektoren und der LED. Es gibt eine Vielzahl von Modi, die ganz einfach mit einem Druck auf den Knopf am Ende der Lampe bedient werden. Das ist einmal das Powerlight, dann das gedimmte Licht, Blitzen, Blinken, längeres Blinken, Stroboskop und Powerlicht. Darüber hinaus kann fokussiert werden, punktgenau oder ganz breit. Jetzt wird hier die Taschenlampe. Das ist einmal die Taschenlampe, die weiße Mikro- und Kroge- und Alt-Groge- und Jampe- und Agr sleep- die Zahl. Hier wird die Taschenlampe. Er anschaut, woanders die Taschenlampe schmerzieren. Und jetzt steht am Anfang, was die Taschenlampe schmerzieren.